So, also hier geht es jetzt bergab und es ist irgendwie fast schon windstill im Vergleich zu eben, wo da dieser krasse Wind gepeitscht hat. Also echt krass, kaum ist man ein paar Meter niedriger, ist schon wieder irgendwie wärmer und kein Wind mehr. Da will ich nicht wissen, wie krass es oben am Gipfelkreuz ist. Ist ja fast schon angenehm. Naja gut, ein bisschen Wind geht schon noch, je nachdem wo man hier ist, aber ist nicht mehr ganz so krass, aber den Nebel werde ich hier heute nicht mehr los. Ist natürlich auf 800 Metern Höhe auch verständlich. So, jetzt sieht man das hier nochmal, das ist ja hier krass mit dieser Mountainbike-Strecke da. Hier können die richtig drüber fliegen. Ne, hier war ich noch nicht, die Mountainbike-Strecke sagt mir nichts. Jetzt kommt's. Vielen Dank.